Hallo zusammen, hier ist wieder der Eutschler und heute bin ich wieder für euch in Battlefront unterwegs. Und zwar wollte ich heute mit euch über die Legion-Inversionen sprechen. Und der eine oder andere hat es vielleicht gar nicht mitgekriegt, aber die Legion-Inversionen wurden für die erste Woche von Battlefront ausgesetzt. Also man konnte keine Legion-Inversionen spielen. Jetzt in der zweiten Woche sind sie quasi wieder zurückgekommen und es wurde ein bisschen was geändert. Und zwar an der EP. Man hat sie wahrscheinlich ausgesetzt, weil man nicht wollte, dass Leute in der ersten Woche darüber hochspielen. Jetzt kann man sie in einem geringen Rahmen noch nutzen und ich will euch mal zeigen, was das genau bedeutet. Und zwar habe ich jetzt hier einen Charakter, der ist Stufe 110. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Map gucken und ich drüber fahre, wie viel EP ich kriege, sind das 65.000. Das ist relativ viel. Wenn ihr jetzt normal in Battlefront levelt, dann wisst ihr selber, so eine Quest bringt irgendwie 17.000. Das zieht sich ewig lang. Wir machen das jetzt hier mal, tun die Maschen abschließen. Jetzt unterbricht er mich. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege, ohne dass ich den Mob töten muss. Komm, den packen wir jetzt einfach mal hier in die Rune rein. Zack. Ihr seht, ich habe die 65.000 gekriegt. Mit EP-Gear würde man natürlich noch mehr kriegen. Aber das, ja, scale-t ja quasi nur bis 110. Und auf 110 bekommt man leider keinen Bonus durchs EP-Gear mehr. Also ihr habt gesehen, relativ schnell kriegt man hier seine großen EP-Mengen. Und wenn wir jetzt auf einen Char gehen, der ein bisschen höher ist, ich habe da schon mal was vorbereitet, habe hier einen Char, den habe ich mittlerweile auf 112 hochgespielt. Und bei dem ist es so, wenn wir jetzt mal auf die Map gucken und uns diese, ja, Worldquests angucken, seht ihr, ich kriege nur noch 4.000 EP pro Worldquest. Also das ist fast nichts mehr. Und ich habe auch eine abgeschlossen. Und ihr seht, hier sind wirklich nur diese 4.000, die ich bekommen habe. Man kriegt zwar noch so ein tolles EP-Gear und den Ruf, aber naja, gut. Das kann man sich dahin schieben, wo die Sonne nicht scheint, weil das ist einfach quasi outgedatet. Ja, heißt für euch, die Legion-Inversion zum normalen Level von 110 auf 120 kann man vergessen. Sie bringen keine EP mehr, aber zumindest für das eine Level von 110 auf 101, da lohnt es sich noch. Also sprich, wenn ihr einen Haufen 110er Chars rumliegen habt, was ihr wahrscheinlich habt, wenn ihr jetzt am Ende von Legion nicht mehr viel zu tun hattet, schnappt euch die nächste, ja, die nächste Legion-Inversion, ballert da vielleicht mal eure Chars alle durch. Dann habt ihr das eine Level, das ist ja schnell gemacht, 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann habt ihr die auf 101 und könnt die dann smooth irgendwann, wenn ihr Bock habt, in Battle for Assault hochspielen. Und ja, weil ich denke mal, das eine Level von 100 bis 101, wenn ihr das in Battle for Assault spielt, braucht ihr Minimum eine Stunde, eineinhalb. Und hier kriegt ihr es halt quasi geschenkt, zumindest das eine Level. Ja, das war es schon mit dem Video. Ich hoffe, die Info hat dem einen oder anderen irgendwas gebracht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ich da für ein Add-on habe, vielleicht nochmal, wer das in ganz Legion nicht mitgekriegt hat, das ist Legion-Inversion-Timer und das ist einfach ein Add-on, das ihr euch die Legion-Inversion anzeigt. Ob ihr das jetzt noch braucht, sei jetzt mal hingestellt, aber bloß mal, um Fragen vorzubringen. Also, ich wünsche euch dann noch viel Spaß in einem neuen Add-on. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.